Du bist schwanger. Ja! Was ist? Was, wenn ich dem Mann krank würde? Wie der Tommy? Ja, dann zahlt doch der Arbeitgeber. Wenn er wegen der Krankheit invalid wird, dann gibt es nur die IVA und die Pensionskasse. Von dem, was er heute verdient, bleiben etwa zwei Drittel übrig. Woher weisst du das? Von der AXA. Ich habe mir das ganz einfach erklärt. Vorsorgeberatung für Familien. Einfach und nachvollziehbar. AXA Winterthur. Vorsorge neu definiert.